Der Verwaltungsgerichtshof hat Ende 2017 einen langjährigen Rechtsstreit in der Abfallwirtschaft entschieden. Und bei diesem Rechtsstreit geht es eigentlich um die scheinbar simple Frage, was denn eine mobile Abfallbehandlungsanlage ist und wie die eigentlich zu genehmigen ist. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Niederhuber von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei. Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und mit seiner Entscheidung vom 16.11.2017 spricht der Verwaltungsgerichtshof über mobile Abfallbehandlungsanlagen ab. Da geht es um Anlagen, die sind beweglich, die können von Ort zu Ort bewegt werden, meistens sind das Schredder und die kommen halt dann immer wieder zum selben Standort zurück. Und der Kern des Rechtsstreits war jetzt die Frage, ob so eine Anlage, wenn sie immer wieder mal am selben Standort steht, ob so eine Anlage dann nicht eigentlich als ortsfeste Behandlungsanlage zu klassifizieren ist. Und der Unterschied ist ein ganz wesentlicher für die Praxis und auch für die Behörden, weil das Abfallwirtschaftsgesetz kennt ein eigenes Genehmigungsregime für mobile Anlagen. Und das schaut dann eben so aus, dass diese mobile Anlage als solche einen Bescheid bekommt und der deckt dann die Reise der Anlage durchs Land und das Aufstellen der Anlage an verschiedenen Standorten ab. Und ganz offen gesagt, das war den Behörden ein bisschen, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Da gab es Bedenken, ob dann sozusagen die Nachbarn ausreichend geschützt sind. Und auch einige Landesverwaltungsgerichte hatten hier Bedenken und kamen dann zu dem Schluss, wenn so eine Anlage öfter als einmal an einem Standort steht, das passiert eigentlich in der Praxis dauernd, dann wird die gar nicht mehr mit einem Bescheid für die mobile Anlage genehmigt, sondern dann ist für jeden Standort dieser Anlage eine gesonderte Genehmigung für ortsfeste Abfallbehandlungsanlagen zu erteilen. Ja, und der Verwaltungsgerichtshof hat sich das jetzt angesehen und hat gesagt, nein, wenn so eine Anlage wiederkehrt, dann läuft die Frist, das Gesetz kennt hier eine 6-Monats-Frist, dann läuft diese Frist von vorne. Auf Deutsch gesagt, dann ist das doch eine mobile Behandlungsanlage. Mit einer Einschränkung, nämlich wenn diese Wiederkehr so oft erfolgt, dass man darin eine Rechtsumgehung sehen könnte, weil die Auswirkungen dann mit denen einer ortsfesten Behandlungsanlage vergleichbar wären, na dann gilt das Regime für die mobile Anlage nicht. Aus meiner Praxis heraus kann ich sagen, dass wir selten vorkommen. Die Schredder stehen meistens nur wenige Tage an einem Standort und kommen dann erst nach einigen Monaten wieder. Für uns in der Praxis bedeutet das also, dass so ein mobiler Schredder tatsächlich mit einem Bescheid bewilligt werden kann, dass die Regelwerke, die da sozusagen kursieren in der Praxis mit Regelungen von maximal 100 Stunden pro Jahr, dass diese Regelwerke eigentlich nicht maßgeblich sind, sondern wir eigentlich auf Basis des Gesetzeswortlautes des AWG und auf Basis dieses Judikats des Verwaltungsgerichtshofs davon ausgehen können, dass das mobile Anlagen sind, die man mit einem Bescheid für diese Anlage auch tatsächlich dann genehmigen kann.